Wir sind sehr froh, dass Gordian Mauck heute Abend der Regisseur da ist, auch die Produzentin Nicole Ringhut, der Szenenbildner Fritz Güntner. Herzlich willkommen und schon mal vorab ein Applaus, dass ihr hier seid. Vielen Dank. 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 lang, genau, dass etwa auch diese Zeit der Entstehung von M. abdeckt und da fand sich also im Grunde genau dieses Material wieder. Er sammelte Zeitungsausschnitte, er machte Zeichnungen, er zeichnete Alltagsbeobachtungen auf, immer auf der Suche abwägend, der Mensch der doch das Gute eigentlich tun sollte und das Schlechte tut. Diese Abwägung immer wieder in Situationen bindend, auch schon in Filmhandlungen und Filmideen bindend und das war ein ganz tolles Material und wenn er etwas im Film verwendet hatte, strich er es immer ordentlich durch und schrieb daneben, in Mabuse verwendet, in M verwendet. Also ganz toll. Aber eine deiner Thesen in Anführungszeichen im Film ist ja, es scheint ja auch zu sein, was du jetzt als das Einfühlen in den Charakter des Täters in M darstellst, dass es ein Stück weit auch aus dem Rückschluss oder Rückverständnis aus der eigenen Geschichte von Lang entstanden ist oder entstanden sein könnte. Also es gibt von ihm Aussagen, die vermuten lassen, dass es ihn sehr stark beeindruckt haben muss, unter Mordverdacht gestanden zu haben und das im Übrigen dann also ein Fall, der von dem berühmtesten Kriminalisten seiner Zeit international bearbeitet wurde. Er war daraufhin jemand, der akribisch Tagebuch führte danach. Egal wie belanglos der Tag war, er schrieb stündlich auf, was er getan hatte, was er gemacht hatte. Daraus habe ich abgeleitet, dass es ihn sehr stark beeindruckt haben muss und habe das entsprechend dann eben verarbeiten wollen. Es war ja im Grunde, er war ja derjenige, der immer sagte, mein Privatleben hat nichts mit dem Film zu tun. In Wirklichkeit, wenn man natürlich diesen Verdacht sieht und spürt und nachliest, dann ist natürlich klar, dass er, wie wahrscheinlich jeder Regisseur, natürlich ein Stück weit auch aus seiner Autobiografie schöpft. Man hat seine Bilder, jeder Kamerastandpunkt ist ein Standpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Also das kann ja auch so gar nicht stimmen. Dafür ist er auch viel zu sehr Künstler gewesen. Ja, darin stand für mich der Reiz. Ja, gerade in seinen späteren amerikanischen Filmen wird es glaube ich überdeutlich, dass der Schuldkomplex irgendwie das eine Motiv ist, dass er alle seine Filme durchzieht nach dieser Zeit. Wie bist du denn, also ist es tatsächlich, man muss ja nochmal kurz auf diese Geschichte zurückgehen, dass es tatsächlich als Hintergrund den Verdacht gibt oder gab, dass Fritz Lang eben seine erste Ehefrau vor Ter von Habu umgebracht haben sollte oder sie zumindest mit einer Kugel aus seinem Revolver gestorben ist. Ist es tatsächlich auch so, dass der Kommissar tatsächlich die Ermittlungen von Lang geführt hat seinerzeit oder ist das eine Verdichtung im Film? Ich lebte 14 Jahre lang in der permanenten Angst, dass mir jemand diesen Stoff würde wegnehmen können, weil es genau so war. Es war einfach ein Stoff, der aus so vielen Zutaten bestand, die danach schrien, verfilmt zu werden. Ja, es ist wie du sagst. Also Ernst Gennart war also nicht nur ein außergewöhnlicher Kriminalist in der Zeit, der überhaupt erst einführte, dass die lieben Polizeikollegen das Areal des Tatortes abzusperren haben, dass mit Silberpulver Fingerspuren gesucht werden, dass die Polizisten nicht im Tatort rumlatschen, dass nicht aufgeräumt wird, bevor die Kriminalpolizei kommt. Auch das war damals ein sehr gängiges Mittel, um den Kriminalisten zu befriedigen. Es ist alles schon so ordentlich, sauber. Die Leiche haben wir auch schon weggetan. Also das alles hat Gennart erfunden, aber es gab noch einen weiteren Bezug. Dieser Kriminalist, und das kann man in Düsseldorfer Akten finden, er war auch ein Filmliebhaber. Also er war begeistert von dem Medium Film. Er wollte es immer wieder einsetzen, um auch das Publikum auf Straftaten aufmerksam zu machen und zu sagen, wenn von euch jemand Beobachtung gemacht hat, kommt zur Polizei. Und er wollte die Serie ins Kino bringen und er wollte sie nennen. Aktenzeichen XY ungelöst. Also, Ede Zimmermann, sorry. Aber, also, da hatte vorher schon eine verdammt gute Idee, hat sie aber nicht umsetzen können. Es finden sich also Kostenvoranschläge in den Düsseldorfer Akten, wo er Filmmfirmen anfragte, ob man da nicht irgendwie mit Fotos und... Gibt es Fragen aus dem Publikum? Würde ich vielleicht so lange in der Zwischenzeit, bis sich was findet, eine... Nein, 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 so schnell nicht. Eine interessante Frage ist ja die des Schauspiels. Also es gibt ja, man hat ja, man arbeitet, wir hatten es vorhin gesagt, konfrontationshistorisches Material in der Inszenierung. Dann ist es natürlich auch so, dass man anders spielte im Jahre 1930, 1931. Wie seid ihr da dran gegangen? Also wie habt ihr euch sozusagen in der Schauspielführung, in den Schauspielern in den Bezug zu dem alten Material genähert? Wie meinst du, dass Sie 1930 anders gespielt haben? Naja, ich würde sagen, ein Schauspiel hat sich ja ein Stück weit auch entwickelt und das, was man sozusagen, wie man seinerzeit gespielt hat, wie Schauspieler gearbeitet haben. Viele muss natürlich erst sprechen lernen, hat es ja hinreichend bekannt, dass ja viele Stummfilm-Stars fehlen von der Schippe, als der Ton eingeführt wurde. Also ich glaube, der Fritsch, Willi Fritsch war, glaube ich, einer der Ersten, der als Stummfilm-Schauspieler eingekauft wurde. Und dann kam halt dieser Tonfilm und dann war er der Erste, der plötzlich sprechen musste. Er hatte das Glück, er konnte es. Was man ihm nicht gesagt hat, ist, dass er jetzt auch noch die ungarische Version gleich mitspielen soll. Inklusive Gesang. Also durchaus, ich würde sagen, auch selbst heute eine Herausforderung für einen deutschen Schauspieler, sind wir uns einig, glaube ich. Also ja, nein, also die haben damals Bitte und Danke gesagt und das habe ich heute auch getan. Es ging darum, die Rolle vorzubereiten, es ging darum, den Schauspieler vorzubereiten. Das habe ich aber nicht anders gemacht, als in jedem anderen Film auch. Also sprich, eben so viel Hintergrundwissen der Zeit, Detailwissen über die Figur und ihr unmittelbares Umfeld gesammelt und eben immer wieder mit den Hauptdarstellern besprochen, um ihnen das Einleben in die Rolle leichter zu machen. Und dann läuft das eigentlich wie für uns selbst, weil in dem Moment, wo dann eben ein historisches Kostüm hinzukommt. Das hat dann oft sehr, sehr straffende Wirkung. In dem Moment, wo das Szenenbild zwingend ist, passiert dann eben, ich sage es mal, diesem Schauspieler-Regie, Heads of Department-Zirkel eben dann manchmal eben doch was Magisches, dass man einfach sich in diese Zeit versetzt fühlt. Das ist sehr, sehr oft einfach gelungen. Und wenn nicht, dann hat man es eben versucht, bis es sich wieder einstellte. Dann danke ich dir sehr herzlich fürs Kommen, für diesen Film und hoffen wir, dass er auch die Debatte und das Interesse an diesem großen deutschen Versuch... Entschuldigung, da habe ich gerade mal eine kleine Frage. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Verzeihung, bitte. Zu dem Lied, dass Sie da vielleicht nochmal was sagen. Das war ja sehr eindringlich, aber ich für meinen Teil habe es jetzt nicht verstanden, wo die, warum das zu Anfang und vor allen Dingen im Abspann gezeigt, was hat es damit auf sich. Das ist ja auch mehrfach angesprochen worden, ich kenne das Lied, hieß es mal, als sie SA gesungen hat. Vielleicht, dass Sie dazu nochmal was nur zum Verständnis sagen. Also es gibt verschiedene Lieder in dem Film. Wenn Sie jetzt die Anfangsmelodie und die des Abspanns meinen, das ist im Grunde ein Lied, das sehr oft im Ersten Weltkrieg gesungen wurde, das weitaus älter ist. Und es ist eigentlich nur deshalb in diesem Film drin, weil Kürten es unglaublich liebt, und wenn er seine Mordtaten vollbracht hatte, mit so einem Hochgefühl ausgestattet war. Also gerade eben hatte er noch eine bluttriefende Leiche eingegraben, wusch das Hemd gewissermaßen in einem kleinen Bächlein, das da war, zuges nass an, lief die erstaunlichen 20 Kilometer Spaziergang zu Fuß nach Hause und trällerte im dunklen Wald laut Lieder. So war er halt, das muss man so sagen. Es ist überliefert, das hat er erzählt, er hat auch sehr gerne bei den Untersuchungen gesungen und deswegen ist das hier im Film. Ja, ich habe noch eine Frage auch zum Verhältnis von Fritz Lang und Thea von Harbu und ihrer Art zu arbeiten. Ist das irgendwie belegt, dass die Beziehung sich eigentlich nur noch in der Arbeit ergeben hat und auch dieses, ja, die das Skript irgendwie unter der Tür durchschieben und gar keinen Kontakt mehr haben? Gibt es dafür eine reale Vorgabe? Also es ist von Thea von Harbu der Satz überliefert. Ich glaube, Lotte Eisenhardt hat ihn aufgeschrieben, dass sie von den elf E-Jahren im Grunde elf gearbeitet haben, aber sich geliebt nur eins. Also sie hat einfach keine Zeit zur Scheidung. Das ist überliefert, das habe ich als Futter gerne aufgenommen, aber ob jetzt unter der Tür durchgeschoben wurde oder nicht, das ist auf meinen Mist gewachsen. Aber Thea von Harbu war eben ein Arbeitstier des Tages, möchte ich mal sagen. Sie war fleißig, sie war gründlich, sie hatte einen Rhythmus für den Tag, den sie abarbeitete und lang war ein Nachttier. Also das war erstmal eine ganz große Verschiedenheit. Aber was sie trotzdem eben miteinander unheimlich bündelte, das war die Besessenheit für den Film, vor allem eben in diesen ersten frühen Jahren. Es gibt also sehr, sehr viele Erzählungen der Menschen, die sie umgaben, meistens eben Heads of Departments von Neubabelsberg, die eben schilderten, wenn es eine Arbeitsbesprechung bei den Langs gab, dann tat man wirklich gut daran, sich aus den umliegenden Bäckereien dick zu proviantieren, weil das waren Sitzungen von 14, 18 Stunden, wo man auf dem Fußboden rumliegt, über Pläne gebrütet hat, über Kostümen und sonst was. Das war ein Rausch an Arbeit offensichtlich. Also die beiden respektierten sich für ihren Beruf, was eigentlich sehr, sehr stark, und das mag bestimmt auch ein ganz starkes Motiv gewesen sein, dass sie zusammengekommen sind. Letzte Frage noch, weil wir dann noch, glaube ich, schlussendlich. Also ich habe gelesen, dass der Thea von Harburg, also gerade in den 30ern, also als die Filme da entstanden sind, sich dann auch der Nationalsozialistischen Partei zugewendet hat. Wie hat sich das dann auf die Zusammenarbeit ausgewirkt? Wissen Sie da was darüber? Also meines Wissens wurde sie 1941 Parteimitglied, da war Lange ja schon acht Jahre weg. Aber Lotte Eisner, und ich glaube, Lotte Eisner konnte Thea von Habu wirklich nicht gut leiden. Sie mochte lang eher, aber jetzt nicht als Frau, sondern eben wirklich als Kritikerin. Sie beschreibt halt die Habu als eine Frau, die einerseits zu bieder, zu sehr Hausfrau, zu sehr fleißig, mit genialen Momenten, aber zu national sei. Oder zu sentimental auf der einen Seite. Und also so etwa wird sie beschrieben. Ich weiß nicht, ob das als Künstlerin wirklich gerecht wird. Immerhin, sie war eine Frau, die für den Film schrieb und großartig schrieb, wenn man eins ihrer alten Drehbücher anschaut. Also sie schrieb für den Film, sie schrieb Geräusche, sie schrieb in einem Rausch. Die Texte waren nicht so, wie man es heute bei amerikanischen Drehbuchschulen vorfindet, eben entsprechend in Dialogzeile und Prosa-Zeile gegliedert, sondern das war wie, als wenn einer den Center-Knopf in der Textdatei gedrückt hätte, weil alles verengte sich immer nach hinten. Sie schrieb halbe Sätze, die Sätze bestanden aus drei Worten. Ja, ein Flakon klingelt, die Eisenbahn rasselt, Tschetschong, 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 5151 ist es zum Wahnsinnigwerden. Sonja greift an den Kopf. Also zack, jeder Satz hat seine neue Zeile. Also man spürt förmlich, dass sie für dieses junge Medium wie geschaffen war, zu arbeiten. Und das mag natürlich für so einen Bilderstürmer, wie lange es war, der selbst eine starke visuelle Ausprägungskraft hatte, sehr anziehend gewesen sein. Gut, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie Fritz-Lang-Filme, lohnt sich. Und sagen Sie denen, sagen Sie die weiter, der Film kommt in zwei Wochen ins Kino, oder? Wenn ich das richtig sehe, oder? Es reicht, wenn Sie sagen, Sie hätten so einen komischen Schwarz-Weiß-Film gesehen, der jetzt im April ins Kino kommen soll. Wir haben damit ja sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Sie wären ja schon total recht, wenn Sie das könnten. Danke, danke. Applaus Vielen Dank.